Servus und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Dance in gewisser Meise. Ich bin Gobbel und wir spielen Psychonauts und müssen hier im Tanzparcours irgendwie ganz nach oben rum. Und ich würde sagen, wir stellen uns doch auf unseren neuen Ball, unsere neue Fähigkeit. Und gucken uns das alles hier erstmal an, was es so... Am besten nicht einfach unterfallen. Ah ja, sehr schön. Dann sammeln wir erstmal die ganzen Druckbilder hier ein. Da ist eins. Und dann gehen wir mal hier so rein. Und dann würde ich auch noch... Oh nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hopps, da. Ich stehe nochmal auf den Ball. Genau, dann sollen wir erstmal die ganzen Druckbilder hier in den drinnen rein. Damit wir auch schön bald wieder einen Stufenaufstieg haben. So, hier noch eins. Und da noch eins. Und jenes. Welches? Oh, und was haben wir denn hier? Ein Kofferanhänger. Ja, yippie, yippie, yeah. Um dahin gibt es noch ein Druckbild. Da ist noch ein Druckbild. Nein, es fliegt weg. In manchen Zonen kriegst du beim Schweben etwas mehr Mpf als Gewinn. In manchen Zonen kriegst du beim Schweben etwas mehr Mpf als gewöhnlich. Ja, das ist doch schön, wenn man mehr Mpf bekommt. Und ich würde gerne hier rauf. Au. Ich möchte doch nur hier rauf. Oh, da ist noch ein Druckbild, das wir vergessen haben. Hm, jetzt ist das leichter in den Trick. So, dringen wir uns einmal rauf ein. Hoppa. Hoppa. Jawoll. So, jetzt mal hier hin. Und hier hin. So, und jetzt? Doch da üben, hä? 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 Ich blick's nicht. Versuchen wir da drüber zu hüpfen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann springen wir doch mal wieder hier drauf. Und hier hinauf. Das funktioniert schon mal nicht. Aber für irgendwas muss ja dieses lustige Konstrukt hier unten auch gut sein, oder? Ja, der kann voll auf der Stelle sliden. Das ist doch mal super. Also, wir müssen hier so rauf. Und dann... Hier rüber. Oder wohin müssen wir denn überhaupt? Ich blick hier noch nicht so ganz durch. Versuchen wir mal da rüber zu kommen, dann haben wir vielleicht einen besseren Empfekt. Irgendwas muss das ja schließlich auch gut sein. Nein, ich will nichts leiden. Ich will tanzen. Juuuuh. Und boing, boing. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Wo bin ich denn jetzt? Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir probieren einfach noch ein bisschen, ne? Ui. Ich blick immer noch nicht so ganz, wo ich hin muss, überhaupt. So, ne? Boing. Und boing. Hoppsa. Mist. Aber ich komme da nicht hoch. Ich komme da beim besten Willen nicht hoch. Ne? Hier, das ist ja kein Ding. Man muss ja irgendwie da rüber kommen, ne? Ah, das sieht aus wie so ein Ventilator oder sowas. Das muss ich vielleicht eigentlich noch erst betätigen. Ich komme da noch mal rüber, ja. Das bringt mir jetzt, oh, das bringt mir jetzt erst mal nix, ne? Ne, da kann ich nicht raus. Ich komme hier, komme ich hier rauf? Na, das muss ja doch irgendwie zu schaffen sein. Hey, nicht. Mach der denn schon wieder? Okay, ich habe einen Plan. Dazu muss ich jetzt erst mal so und dann in der Richtungswechsel und Anlauf und hoi. Okay, das hat nicht geklappt. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Oh, ist eigentlich auch gar nicht cool. Das leiden wir mir hier mal entlang. Sehr schön. Und jetzt aber. Oh. Und jetzt nehme ich hier rauf. So, und jetzt. äh, bringt mir das nämlich genau gar nix. Uah. Mist. Aber halt, das ist ja sowieso die falsche Seite. Hier komme ich ja auch so hoch. So, bringt mir das irgendwas. Hier könnte man entlangsliden. Und auf dem höheren Plattform landen. Aha. So. Nehmen wir mal ein Laufhund. Ui. Aber ich komme da nicht hin. Ist ja blöd. Hey, wo ist deine Kugel hin? Hey, aber das, 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 das wie gerade ist, könnte doch funktionieren fast, ha? Erstmal mal wieder hier drauf. Hopsa. Hier. Genau, hier drauf. Und hier drauf. Und jetzt hier hoch. Wie soll denn das gehen? Hä? Muss ich irgendwas aktivieren? Ich blick grad nicht, muss ich vielleicht einfach wieder irgendwas einschlagen, oder so? Also, ich bin ehrlich gesagt hier grad ein bisschen überfragt, was es denn eigentlich zu tun gibt, ne? Also, ich mein, so schön ist auch hier ist, so ein bisschen rumzusliden, ne? Würde mich dann doch interessieren, wie es denn jetzt hier weitergeht. Weil irgendwie auf diese, warte mal, ah, stell dich doch mal in die Mitte hin, ne? Und sei mal ruhig jetzt. Halt, 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 du sollst stehen bleiben. So, 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 nochmal zusammenfassen, ne? Auf diesen blau-lilanen Leuchte-Dingen, die da zu den Plattformen hingehen, äh, können wir nicht drauf. Jetzt die Blas nach oben schlagen. Wir können mal gucken, wenn wir nur auf der Stelle hüpfen, ob uns das irgendwas bringt. Hier können wir diese, diese Tanz-Performance irgendwie berühren. Ich glaube nicht, haben wir ja grad versucht, da oben ist ein Loch, oder sowas, ne? Das heißt, ach, da oben ist ein Loch. Ne, ein Stein, oder so. Ah, da kommen wir auch so nicht hin. Oder? Also, hier kommen wir ja bis zur obersten Ding hin. Und da drüber ist noch irgendwas, das können wir uns mal anschauen. Und hier kommen wir ja nur bis zu der ersten Plattform, und bis zur zweiten kommen wir ja nicht, ne? Außer, ich probier mal was. Und zwar, die hat ja gemein, in manchen Dingen gibt's mehr Huhu, oder so. Aber das bringt uns gerade auch recht wenig. Also, wir kommen hier niemals bis eine Plattform höher. So, dann gucken wir nochmal bei dieser schönen Plattform hier. Und wenn wir dann wieder drauf kommen. Okay, von der anderen Seite, stopp, umdrehen. Und... Ich glaub's ja nicht. Und... Du, Mist. Ich glaub's, nicht mal war'm hier ausmachen. Vielleicht mal war'm in der Mitte aus. Ich glaub's ja nicht so Oh man! Jetzt aber so, ne? Hier drauf und hier drauf und hier drauf. Und jetzt ist irgendwo über uns. Genau da ist so eine Plattform. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Nee, keine Chance. Oder das war schon diese Plattform? Ja. Da kommen wir nicht hin. Hä? Hilfe! Wir müssen dann doch irgendwie hier rauf kommen, aber wie? Hm, ich doch irgendwie durch das Leiden an den Dingern da entlang. Aber ich weiß ja nicht mehr, wie ich zu den Dingern da hochkomme. Höchstens auf der anderen Seite. So und HEP! Und HEP! Und HEP! Und HEP! Und HEP! Und... Jetzt auf diese Bahn, ne? Da müssen wir ja genau auf der anderen Seite rauskommen. Also gut. HEP! NEIN! Jetzt... Ich glaub's ja nicht. Jetzt geht er einfach von seiner Kugel runter. Ich mein, hätten wir sowieso gehen muss, aber das war ein bisschen sehr früh. Okay, also nochmal das Ganze. Und HEP! 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 Was war denn das jetzt schon wieder, ey? Ich glaub's ja nicht. Manchmal will der einfach nicht, hab ich das Gefühl. Umdrehen! Halt! Halt! Umdrehen! Zurück! Hä? Was hat er denn schon wieder? Wieso hüpft der nicht gescheit? Ohhhh... Stopp! Na also so... TAP! 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 HEP! Nein! Okay, wie ging das nochmal mit dem... mit dem... tragen lassen? Ne, man konnte ja irgendwie so hüpfen und dann... Also auf das Ding drauf... Hüpfen und dann... konnte man ja irgendwie so das... das als Fallschirm oder so nehmen oder... Das heißt... Äh... Äh... Welche Tasse war denn das? Vielleicht F? Nein, F war's nicht.